Hallo und willkommen zur fünften Woche der Graphematik-Vorlesung. Wir reden immer noch über das phonografische Schreibprinzip und in dieser Woche geht es um die Vokale. Die Übersicht, wie immer, und zwar werden wir sprechen über Vokale im Kernwortschatz, so wie wir letzte Woche über Konsonanten im Kernwortschatz gesprochen haben. Wir werden uns dann aber auch anschauen, wie die Peripherie der Vokale aussieht, denn bei den Vokalen ist das wesentlich informativer als bei den Konsonanten. Wir werden uns das System der Vokalzeichen vergegenwärtigen und ausblickend auf Dehnungsschreibungen schauen. Außerdem werden wir uns das System der Diphtong-Schreibungen ein bisschen ansehen. Das haben wir bei der Phonetik und Phonologie komplett vernachlässigt. Da habe ich gar nicht über Diphtonge gesprochen, also sowas wie Au und Eu. Das werden wir jetzt nachholen. Zunächst noch einmal Gespanntheit. Was war Gespanntheit? Wir sprachen in der Phonologie bereits darüber. Und zwar geht es einfach um die Tatsache, dass wir im Deutschen zwei Gruppen von Vokalen haben. Erstmal nur phonologisch, nämlich die Gespannten, hier grau hinterlegt, die typischerweise lang und betont sind. I, Ü, E, Ö, Ä, A, O, U. Ich bin so herumgegangen. Und zu jedem dieser gespannten Vokale gibt es einen ungespannten Vokal. Der kann nun betont oder unbetont sein. Er ist auf jeden Fall aber immer kurz. Also zu I wäre das I, zu Ü, Ü, zu E, Ä, zu Ö, Ö, zu Ä eben auch Ä, zu A, A. Da hört man keinen Unterschied. Der eine ist halt lang, der andere ist kurz. O, O, U, U. Diesen Sachverhalt haben wir einfach beschrieben in der Phonologie. Und wir werden jetzt sehen, welche Auswirkungen das hat. Schauen wir uns dazu die Vokale im Kernwortschatz an. Wir haben schon gesagt, wenn im Kernwortschatz ein Vokal gespannt ist, dann ist er auch immer betont und immer lang. Tüte, Magen. Es geht hier was um den ersten Vokal hier. Vermieten. Da geht es um das I. Betont. Vermieten. Und lang. Weniger. Das E in weniger. Ist lang. Gespannt. Betont. Und so weiter. Diese drei Merkmale treten eigentlich immer zusammen auf. Die Ungespannten hingegen, wie ich bereits sagte, können nun betont oder unbetont sein. Sie sind auf jeden Fall kurz. Schauen Sie sich das an. In Sitte. Der ist betont. Und kurz. Das heißt nicht selte. Das geht auch gar nicht. Ein Wort wie selte können wir uns im Deutschen nicht wirklich vorstellen. In Untersetzt haben wir auf jeden Fall das Ä. Das ist ungespannt. Es ist betont, aber kurz. Und das O in Unter. Das ist unbetont. Vielleicht hat es einen Nebenakzent. Okay, aber es ist auf jeden Fall eher unbetont. Es ist kurz und ungespannt eben. In Motzte haben wir ein betontes O, das aber nicht lang ist. Und in Unglaublich haben wir wieder ein O und ein I. Und beide sind unbetont. Also Sie sehen, hier gibt es durchaus eine Korrelation zwischen ungespannt und kurz. Aber die können betont oder unbetont sein. Das müssen wir in ein System gießen, um dann die Schreibung zu erklären. Im Kernwortschatz sind gespannte Vokale immer betont und lang. Zu jedem gespannten Vokal gibt es aber auch einen entsprechenden ungespannten Vokal. Und der ist betont oder unbetont, aber immer kurz. Das ist nur die Zusammenfassung von dem, was wir eben gesehen haben. Daraus können wir aber folgern, dass wir die Länge gar nicht markieren müssen, also gar nicht im Lexikon abspeichern müssen, sondern sie folgt aus Betonung und Gespanntheit. Außerdem gilt die Trocheusregel. Und es gibt verschiedene morphologische Regularitäten, die es einem erlauben, den Stamm eines Wortes im Kern zu isolieren. Und dieser Stamm, das ist die Trocheusregel, ist dann entweder einsilbig oder trocheisch. Das heißt, wir können die Betonung von Wörtern im Kernwortschatz eigentlich ausrechnen oder ermitteln oder wie auch immer Sie dazu sagen wollen. Der Akzentsitz wird vorhersagbar. Wenn wir dann die Situation haben, dass Gespanntheit im Lexikon verankert ist, der Akzentsitz im Kern vorhersagbar ist, dann sehen Sie, dass wir Länge im Lexikon nicht verankern müssen. Zur Vorhersagbarkeit des Akzentsitzes nun noch. Was heißt hier Trocheusregel plus Morphologie gleich Akzentsitz im Simplex? Also in einem Wort, das weder Derivation noch Komposition oder so etwas enthält, das also wortbildungsmäßig einfach ist. Sowas wie Mut. Nun, da haben wir im Kern einen Einsilblerstamm und der Akzent sitzt dann auf dieser einen Silbe. Wenn der Stamm zweisilbig ist, wie in Mitte, dann haben wir es mit einem Trocheus zu tun, immer, und dann sitzt der Akzent auf der ersten Silbe. Das ist der Kernwortschatz. Auch in längeren Flexionsformen, also zum Beispiel wenigere, da bleibt der Stammakzent erhalten. Und auch wenn der Stamm mal mehr als zwei Silben hat, sitzt der Akzent auf der ersten Silbe, außer es handelt sich um einen Stamm mit Präfixen. Das ist nun wieder Phonologie-Wiederholung und das ist vielleicht etwas kurz, wenn Sie das noch nie gemacht haben. Dann schauen Sie auch einfach nochmal ins Buch rein. Wir illustrieren weiter, was diese Aussage Trocheus plus Morphologie gleich Akzentsitz bedeutet. Nun schauen wir uns Derivate an. Beenden. Beenden, da haben wir dieses Präfix be. Wenn wir sagen, okay, wir kennen die Morphologie und können das abtrennen, dann bleibt ein Stamm end übrig, der ist einsilbig. Das heißt, in diesem Wort sitzt der Akzent, wie wir hier sehen, die Betonung, also markiert durch dieses kleine Strichelchen hier oben, nicht auf der ersten Silbe. Wir können aber ohne weiteres den Stamm identifizieren und dann sitzt der Akzent auf der ersten Silbe dieses Stammes. Unterscheiden, da haben wir den Akzent sogar auf der dritten Silbe, weil das, was da präfigiert wurde, zweisilbig ist. Auch das kann man aber sehr gut, wenn man die Morphologie des Deutschen voraussetzt, extrahieren. Genauso geht es weiter mit gelegen, wo ein Stamm leg übrig bleibt, der tatsächlich dann den Akzent auf der ersten Silbe auf sich zieht. In Eigenheit haben wir ein dreisilbiges Substantiv. Wir können allerdings hier hinten das Derivationsaffix extrahieren und dann bleibt ein Stamm eigen übrig. Der ist zweisilbig, der Akzent sitzt auf der ersten Silbe. Das ist wieder vorhersagbar. In Umfahren haben wir es mit einer Verbpartikel zu tun. Die ziehen den Akzent auf sich. Aber auch das ist morphologisch oder morphophonologisches Wissen, das wir voraussetzen können und dann ist der Akzent vorhersagbar. Denn wir wissen, Umfahren, das ist zwar ein Präfix, beziehungsweise eine Verbpartikel in dem Fall, und die zieht den Akzent auf sich. Umfahren, das wäre ein echtes Verbpräfix, das zieht den Akzent nicht auf sich. Wir müssen uns gar nicht alle morphologischen Phänomene im Einzelnen anschauen, vor allem Wortbildung, um die es hier geht. Wir wissen, fast alle Affixe lassen den Akzent auf dem Stamm. Ansonsten können wir natürlich auch das Wissen voraussetzen, dass die Paare, die das nicht tun, den Akzent auf sich ziehen. Verbpartikeln, nicht aber Verbpräfixe, ziehen den Akzent an. Und ansonsten bleiben nur wenige Affixe übrig, die den Akzent anziehen. Ansonsten liegt der Akzent auf dem isolierbaren Stamm. Wenn wir uns das jetzt noch für Komposita anschauen, dann haben wir sowas wie Tankstelle bei den Beispielen. Nun, Tankstelle ist aus Tank und Stelle zusammengesetzt. Der Akzent im Kompositum liegt immer auf dem Stamm des Erstglieds. Wenn der einsilbig ist, auf der ersten Silbe. Wenn er zweisilbig ist, im Kern, auf der ersten Silbe. Tankstelle, Tankstellenwart. Wenn wir das nochmal komponieren, bleibt der Akzent auf dem Erstglied. Tankstellenwart Ausbildung. Sehen Sie das? Es ist immer noch Tank betont. Der Akzent bleibt auf dem Erstglied. Nebenakzente können auf den anderen Gliedern liegen, aber über Nebenakzente brauchen wir in diesem Kontext eigentlich gar nicht zu sprechen, weil sie für das, was wir hier illustrieren, irrelevant sind. Im Fremdwortschatz haben wir nun freien Akzentsitz. Schauen Sie sich sowas an wie Initiative. Das ist ein sehr langes Wort, ist auf der vorletzten Silbe betont. Sowas haben wir im Stamm nicht. Und Initiative ist ja simplex. Es ist ja nicht im Deutschen erkennbar zusammengesetzt oder deriviert. Methyl ist der Akzent hinten. Quebec auch hinten betont. Integriert. Debattieren. Utopie. Uran. Motiv. Politisch. Sehen Sie, in diesen Wörtern ist der Akzent nicht auf der ersten Silbe des Stamms, auf der letzten Mal, mal auf der vorletzten oder wie auch immer. Da gibt es ganz verschiedene Muster. Das hängt letztlich auch damit zusammen, aus welcher Sprache und wann diese Wörter entlehnt wurden. Auch hier im erweiterten Wortschatz oder eben Fremdwortschatz gelten aber bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel, gespannte Vokale, die unbetont sind, sind kurz. Und gespannte Vokale, die betont sind, sind lang. Schauen Sie sich so etwas an wie Methyl. Da haben wir ein kurzes, gespanntes E. Me. Das heißt ja nicht Methyl, sondern Methyl. Das ist, weil es unbetont ist, kurz, obwohl es gespannt ist. Und das Ü hinten in Methyl ist dann lang. Was für diesen Teil des Wortschatzes, also im Lexikon zusätzlich gespeichert sein muss, ist, wo der Akzent auf dem Stamm sitzt. Dann kann man mit dieser Regel hier vorhersagen, welche von den gespannten Vokalen nun kurz oder lang werden. Die Betonten werden lang, die Unbetonten bleiben kurz. Wir fassen zusammen, im erweiterten oder Fremdwortschatz sind gespannte Vokale lang, wenn sie betont sind und kurz, wenn sie unbetont sind. Auch im erweiterten Wortschatz gilt aber, dass es keine ungespannten, langen Vokale gibt. Ein langer Vokal im Deutschen muss immer gespannt sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Egal, ob im Kern oder im Fremdwortschatz. Und damit kommen wir zu den Vokalzeichen. Also wie kodiert jetzt unsere Schrift diese Situation? Bei den Konsonantenzeichen habe ich von totaler Ordnung gesprochen, bis auf so ein paar kleine Ausnahmen. Hier haben wir jetzt ein grundsätzliches Problem bei den Vokalen. Wir haben nämlich diese Buchstaben hier. Und die kodieren bald ein gespanntes Segment, bald ein ungespanntes. Also Igel, Licht, Rübe, Rücken. Sehen Sie, wir schreiben jeweils I bzw. Ü für Ü und Ö. Wir schreiben U für U und U und so weiter. Mut, Butter, Mehl, Bett, Höhle, Löffel, Ofen, Motte, Gräte, Säcke, Wahl, Wall. Das ist nicht so systematisch wie das System der Konsonantenschreibungen. Für ungespannte und gespannte Vokalpaare gibt es also jeweils nur ein Zeichen. Außerdem kommt hinzu, dass wir ein E-Zeichen und ein Ä-Zeichen, also A-Umlaut haben, die letztlich beide das ungespannte Ä kodieren können. In Dialekten, in denen man später und Käse sagt, haben wir zusätzlich die Situation, dass das Ä und das Ä beide auch noch das gespannte Ä kodieren können. Diphtonge brechen zusätzlich das phonematische Prinzip. Das ist aber letztlich auch ein System für sich. Ungünstiger ist wirklich, dass wir für den gespannten und den ungespannten Vokal jeweils nur ein Zeichen haben. Zu den Dialekten noch, in denen man anders als in der Tagesschau später und Käse statt später und Käse sagt. Eigentlich sind diese Dialekte systematischer, da die Korrespondenzen von gespannten und ungespannten Vokalen hier an dieser Stelle aufgeräumt werden, weil es das gespannte Ä überhaupt nicht gibt. Somit haben wir zwischen Ä und Ä eine einfache Beziehung. Es gibt nicht diese Dreiecksbeziehung. Das macht es eigentlich viel systematischer. Das können Sie sich ja überlegen, falls Ihnen mal jemand sagt, Sie sollen nicht später oder Käse sagen. Wir wollen uns nun kurz überlegen, was Gründe für dieses System der Vokalzeichen sein könnten. Also warum ist das bei den Vokalen nicht so schön systematisch getrennt wie bei den Konsonanten? Nun, was wir gesehen haben, ist, dass im Kern Gespanntheit, Länge und Betonung gekoppelt sind. Im Kern treten die drei zusammen auf. Die Betonung kann auch ohne Gespanntheit und Länge auftreten, aber Gespanntheit setzt Länge voraus und Länge Gespanntheit. Trotzdem ist es nicht so, dass wir hier eine zugrunde liegende Form für Paare von gespannten und ungespannten Vokalen annehmen können. Wenn wir die Länge aus der Betonung und der Gespanntheit vorhersagen wollen, dann muss die Gespanntheit ins Lexikon, in die zugrunde liegenden Formen. Wenn wir aber die Silben-Gelenkschreibung hinzunehmen, über die wir dann noch sprechen, dann haben wir kaum einen Bedarf an einer graphematischen Differenzierung, weil wir indirekt Gespanntheit und Länge vorhersagen können aus den anderen Schreibungen, aus dem Unterlassen der Gelenkschreibung. Was historisch passiert ist, ist, dass wir Dehnungsschreibungen entwickelt haben zur Desambiguierung, also zum Eindeutig machen, ob es nun eine gespannte oder ungespannte Variante ist. Naja, ich werde dann noch sagen, dass wir die eigentlich gar nicht brauchen würden. Das Wichtige ist, dass wir die Gelenkschreibung haben und die im Kontrast uns sagt, wann wir Gespanntheit und Länge haben. Trotzdem, es bleibt dabei, das ganze System ist nicht so schön, wie es sein könnte. Also die Dehnungsschreibungen machen es eigentlich dann noch schlimmer. Da werden wir noch drüber sprechen. Schauen wir uns noch kurz an, wie diese sogenannten Dehnungsschreibungen realisiert werden. Wir haben es im Grunde ja mit einer Gespanntheitsmarkierung zu tun. Nach dem, was ich Ihnen bisher gesagt habe, sollte das einigermaßen klar geworden sein. Wir haben einerseits die Möglichkeit, Gespanntheit mit einem H nach dem Vokal zu markieren. In Bühne, Kehren, Ähre, Stöhnen, Kuhle und so weiter. Nur beim I geht das nicht. Wir können das Ganze auch unmarkiert lassen, wie in Igel, Müde, Wenig, Dänisch, Flöten, Schule, Boden, Baden. Das geht immer. Schauen Sie hier. Was nur selten funktioniert, ist Doppelung, wie in See, Doof und Aal. Ansonsten ist Doppelung aber auch sehr ungewöhnlich. Zur Markierung von Gespanntheit. Nun und beim I, na da haben wir diese IE-Schreibung, die ansonsten auch nicht existiert. Das ist aber nun beim I auch die ganz typische Dehnungsschreibung. Gespanntheitsschreibung sollten wir eigentlich sagen. Sie sehen also, wir haben da ganz verschiedene Möglichkeiten, die aber mit starken Präferenzen einherkommen. Also typisch ist H nur beim I eben E. Etwas, das Sie behalten könnten, ist eben, dass I, U und Umlautgrafen nicht gedoppelt werden können. Schauen Sie hier. Die können nicht gedoppelt werden. Und wir kommen zu diesen Dehnungsschreibungen auch noch ausführlich zurück. Was wir in der Phonologie nicht so ausführlich besprochen haben zum Thema Diphtonge, war, dass wir sie nun gerade als ein Segment behandeln. Es sind zwar Segmente, die einen Verlauf haben. Man kann sie teilen in zum Beispiel ein A und ein O. Da bekommen wir dann auch. Sie sind aber letztlich ein Segment. Die Argumentation dafür, die würde man vielleicht jetzt einer ausführlicheren Phonologie-Einführung überlassen. Damit handelt es sich letztlich um die Graphen. Der Lautwert ist aber im Diphthong ungleich dem Lautwert, wenn das Zeichen in Isolation auftritt. Wir schreiben A, U. Wir sprechen aber Haus. Nicht Haus. Sie sagen nicht Haus. Wir schreiben aber Haus. Mit U. In Mais und Meise. Da sagen sie auch nicht Mais und Meise. Sowas gibt es dann in Schwaben in bestimmten Gegenden oder wahrscheinlich noch in anderen Dialekten. Wir sagen Mais, Meise. Auch hier schreiben wir also ein Zeichen, einen Graphen, nämlich I, der nicht wirklich dem entspricht, was bei einer 1 zu 1 Korrespondenz der Einzelzeichen im Diphthong zu erwarten wäre. In Häuser und Schleuse geht das sogar noch weiter. Da schreiben wir E, U oder E, U und sagen OÖ. Das muss man sich jetzt erstmal merken. Das System ist insofern interessant, als wir mögliche Erstlieder haben. A mit der Umlautvariante Ä und E und mögliche Zweitlieder I und U. Etwas anderes haben wir im Deutschen nicht. Also Diphtongue bestehen immer aus einem dieser beiden Zeichen und einem dieser beiden Zeichen. Und das geht, wie gesagt, von einer naiven Korrespondenz der Lautwerte in Anführungsstrichen ziemlich weit weg. Also die Frage ist, warum machen wir das mit einem I und einem U? A und E, das haben wir eben gesehen, sind aber auch die Zeichen, die als Doppelvokale vorkommen können. Haar, Saat, Waage, Beere, Leer, Meer. Das ist doch ungewöhnlich, oder? Warum sind das denn ausgerechnet die, die als Erstglied im Diphthong vorkommen? Als Doppelschreibung sind I und U, also die Zeichen, die im Diphthong an zweiter Stelle vorkommen können, auch in Fantasiewörtern ausgeschlossen, also die gehen strukturell nicht. Sowas wie Dieb, Kiebe, Dud, Kute, das können wir uns nicht wirklich vorstellen. Wir sehen das und sagen, nee, das sieht nicht aus wie deutsch, nicht wie deutsche Graphematik. Daraus ergibt sich aber nun, dass ein eindeutiges Diphtongen-Signal in Form dieser beiden Zeichen als zweites Zeichen in einer Sequenz von Vokalen gegeben ist. Immer wenn I und U, man kann sie ja nicht doppeln, nach einem anderen Vokal vorkommen, dann ist das auf jeden Fall ein Diphthong. Außerdem können wir uns jetzt noch kurz Gedanken machen über die Form von Vokalzeichen. Das machen wir nur sehr kurz am Rande. Distributionell gesehen gibt es drei Gruppen von Vokalzeichen. A, E und O. Und in diese Spitzklammern schreiben wir Graphen, wenn wir das extra ausdrücklich markieren wollen. Normalerweise nehme ich einfach nur den kursiven Schnitt. In diesem Fall mache ich es in Spitzklammern, um ausdrücklich zu signalisieren, es geht jetzt um die Graphen. Diese drei sind ganz typische Vokale. Sie haben keine Oberlänge und sie sind grafisch rund. Das ist der typische Vokal. U und I, naja, die sind partiell atypisch durch eine geringere grafische Rundheit. Sie sind mehr so schlank und leicht rechteckig, kann man fast sagen. Als Zweitglieder im Diphthong sind sie näher am Endrand als das jeweils andere Vokalzeichen und sie sind damit phonologisch näher am Konsonanten. Manche behandeln sie sogar als Teile des Endrands und damit konsonantisch. Sie sehen aber auch mehr so aus, weil sie nicht so schön rund sind wie das typische Vokalzeichen. Und ausgerechnet die sind nicht verdoppelbar. Die IE-Dehnungsschreibung kann man dann auch so betrachten, dass durch das E die grafisch-vokalische Qualität des entsprechenden Silbenkerns betont wird, was das I alleine nicht wirklich kann. Das könnte der Grund sein, warum gerade ausgerechnet bei dem I, diesem schmalen, völlig atypischen Vokalzeichen, das E als Dehnungszeichen, als Gespanntheitszeichen verwendet wird und nicht das H wie bei den anderen. Ä, Ö und Ü, also die Umlautgrafen, nun die sind atypische Vokale einfach durch ihre Oberlänge und sie sind dementsprechend nicht verdoppelbar. Das ist nur ein kleiner Ausblick auf das, was man vielleicht noch erreichen kann, wenn man die Form der Buchstaben der Graphen unter einem systematischen Blickwinkel betrachtet. Das war es schon für heute. Worum geht es dann nächste Woche? Wir werden sprechen über Silben. Das ist eine Wiederholung der Phonologie. Und dann in diesem Zusammenhang uns die Dehnungsschreibungen noch einmal genau anschauen. Und damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.